Und Willkommen zu Rockfick mein Leben. Okay, ich bin nicht ganz runtergefallen, wie schnell dieser Wolf ist. Alter. Ich dachte halt, ich bin mega überladen, so. Also bin ich halt eigentlich auch. Und wollte halt eigentlich nur so einen Schritt nach vorne machen. Aber irgendwie, glaube ich, boostet einen die Klippe auch so ein bisschen. Also ich würde ja sagen, kannst du selber auch mal ausprobieren, aber halt vielleicht besser nicht. Aber da sollte man halt nicht zu stark nach vorne laufen. Warte mal, wie war das jetzt gerade, was du gesagt hattest? Würdest du dann dazu übergehen, Leute zu suchen oder was? Nee, aber also wenn ich jetzt halt jemanden sehe, dann würde ich halt auch fighten gehen, so. So, ja, das kann man so machen. Das ist einfach nur halt. Also man kann auch Leute suchen gehen. Das war jetzt nicht so, oh, wie kannst du das sagen, aber. Irgendwann haben wir wahrscheinlich einfach nichts mehr zu tun. Oder musst du halt Leute suchen gehen. Ich würde halt erst dann Leute suchen gehen, wenn wir halt nichts mehr zu tun haben. Und solange man sich noch irgendwie vorbereiten kann, vielleicht ein bisschen besser dazustehen. Oder halt so das Gefühl hat, dass man noch nicht alles dabei hat, was man gerne dabei hätte. Und das Gefühl habe ich halt schon noch. Ja, wenn wir halt noch keine Shotgun haben und irgendwie drei Grappling-Hooks oder vier. Ja. Ich glaube, also Grappling-Hooks sind halt jetzt mittlerweile echt wichtig. Also da brauchen wir wahrscheinlich schon so 15 mindestens oder so. Hm, ja. Ich finde auch, also ja, sowas wie Grapples, da kann man halt eigentlich eh nie genug haben. Also klar, gut, wenn man jetzt mega viele dabei hat und stirbt, ist natürlich doof so. Dann hätte man vielleicht doch lieber das Zeug zu Hause gelassen und craftet dann mal wieder nach. Aber ja, weiß nicht. Also an sich, finde ich, kann man da nicht zu viel haben. Das ist halt schon teuer, ne? Also man muss dann halt ordentlich Metal mal ranholen. So, wenn man halt überlegt, ich schieße jetzt mal eine Grappling-Hook und treffe vielleicht dann irgendwo irgendwas, wo sie nicht connectet. Und dann sind halt einfach neun Metal für den Arsch. Ja. Mir fällt auch gerade mal so auf, dass wir gar nicht mal so wenig Gunpowder am Start haben. Und halt auch gar nicht mal so wenig Metal. Und wir uns halt eigentlich echt gerade mal noch ne Shotgun machen könnten. Jo, können wir machen. Also, ich crafte auch nochmal zwei. Ja, du könntest vielleicht schon mal ne Ersatzrüstung halt vorcraften. Mitnehmen würde ich das gerade vielleicht noch nicht so, aber... Jo. Das halt auch einfach, falls halt irgendwie jemand kommt und wir fighten müssen und halt einer stirbt, dass man halt nicht erst ne halbe Stunde seine Equip zusammen craften muss, bis man halt wieder los kann. Generell, wenn wir schon, also wenn wir an sich schon Equip verteilen wollen, sodass man halt nicht alles halt auf einmal looten kann, dann könnten wir halt einfach auch ein Vault für, ein Vault läuft, einen Schrank für jeden anlegen, wo wir halt im Grunde einmal komplettes Equip für jeden reinlegen. Und wenn das dann halt jemand lootet, ja, okay, dann lootet er das halt. Aber dann hätte er halt genauso gut auch die Smizzy looten können, wo wahrscheinlich auch ordentlich Metal drin ist oder so. Ja. Ne, das ist ne gute Sache. Also. Ich finde halt auch, also... Es ist auch gerade so ein Ding, was ich halt schon nice finde. Also, ich glaube beim letzten, was Season 2 hatte irgendjemand die unglaublich geile Idee, irgendwie 30 Kisten irgendwo zu andermaschen und überall ein bisschen was reinzutun. Und sowas ist halt, naja, weiß ich jetzt nicht. Ja, das ist auch nicht. Aber hier, also mal so ein bisschen Equip Schränke für jeden, glaube ich, da wird einen jetzt niemand hassen, deswegen. Elf Minuten noch. Ich fragte einen Wolf gerade nochmal zwei Meter vor, weil ich irgendwie voll Angst habe, da dahinter entlang zu latschen. Zu Fuß da runterfallen, glaube ich, wäre halt überhaupt nicht lustig. Ja, dann würde ich dich halt mit dem Boot holen. Ja. So, das kann man sich nicht erlauben, das ist nicht gefährlich. Ja. Oder du gravelst dich halt hoch, dann auch nicht. Ja, apropos, die Gravels, die da drin liegen, sind jetzt normalerweise nochmal für dich. Auch das Scope und halt, ja gut, Ersatzrüstung muss man jetzt nicht unbedingt schon mitnehmen. Eigentlich crafte ich auch gerade tatsächlich ein bisschen viel Schrattern auch mal. Ja, okay. Aber ich glaube, das Scope lasse ich noch erstmal, weil, also... Klingt halt nur was, wenn man wirklich snipen will, weil, also das, also der, der, das Fadenkreuz schon besser als das Scope. Ja, das stimmt eigentlich. Toll, jetzt weiß ich aus Recht, naja, ich glaube, ich tue jetzt die Spitzhacke aus meinem Dingens hier unten. Wie ist das eigentlich, also kann jeder hier empfinden, oder muss man selbst? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Glaube, also, ich weiß nicht, was ist denn die Standardeinstellung? Äh, Standard ist, glaube ich, dass, das nicht jeder empfinden kann. Dann schätze ich mal, geht's auch nicht. Weil ich bin aber auch echt nicht sicher, denn kann auch jemand auch anders sein. Also, ich hatte halt mit Gato gestern noch, oder vorgestern oder wann auch immer, über die Mating-Einstellungen geredet. Und da hatten wir das halt auf jeden Fall noch nicht berücksichtigt. Ja, das ist jetzt halt auch gerade egal, weil wir eh beide da sind, aber. Mhm. Man hat halt so timet, dass wirklich jeder das dann halt mal kann, ist so künftig. Ich hoffe halt auch, dass die Wölfe jetzt überhaupt dann auch 100% kriegen, so, also. Das müssen wir jetzt halt auch mal noch gucken. Da würde ich halt mal stark von ausgehen. Ja, gibt's hier irgendwo noch Metal? Ja, also, weiter an Richtung Boot, oder da unten war doch noch. Okay. Hier oben jetzt vielleicht nicht mehr so viel, aber. Ja, gut, ist ja auch kein Ding. Wenn man ehrlich ist, wir haben halt auch eigentlich schon relativ viel da. Ja. Ich denke mir jetzt halt nur, also, was machen wir halt sonst in der letzten Folge, während wir eh warten, bis wir mal imprinten können. Dann können wir halt in der Zeit auch echt einfach mal noch unser Vorrat anfangen. Wir können halt noch ein bisschen Holz holen, ein bisschen Metal und ein bisschen Spark-Powder halt machen. Ja. Ich hatte jetzt in alle Fotos mal irgendwie so knapp 300 Metal reingeworfen und es liegt auch noch ein bisschen was in der Smithy. Also, das geht, oder? Ja, wahrscheinlich wieder. Ja, dann müssen wir mega viel Metal haben, weil ich wohl auch schon die ganze Zeit. Ja, also, ich glaube, in der Smithy waren vorher 1000, wo ich die Sachen angeworfen habe. Ja. Oh, Leute, kannst du noch was nehmen? Ja. Hast du schon was getroppt, oder? Na ja. Achso. Das ist einfach nur hier rechts. Okay, gut. Ja. Na ja, auf jeden Fall bin ich jetzt auch ein bisschen... Nein, konntest du halt auch wegwerfen, ne? Hätte ich eigentlich eher weggeworfen, aber... Ja, ne, ich kann sogar beides mitnehmen. So, wenn wir denn das haben, dann hole ich, glaube ich, das Holz und dann halt nochmal... ... Beinahe. Hm, wir sollten vielleicht... ... vielleicht lieber... ... erstmal gucken, ob irgendwo ein Megatherium ist, vielleicht. Vielleicht auch einfach mal die Low-Level-Megatherium töten. Ja. Wollen wir das gerade noch kurz umhauen, wenn wir hier schon hier sind? Ja, ich bin halt wirklich brandvoll, aber... ...wann machen wir... Ja, kostet nix. Das hat so ein bisschen was von einem MMO. Erstmal noch buffen, bevor man in den Fight geht. Ja, also ich... ...gerade jetzt, wo die UTs weg sind, bin ich mir immer noch nicht so einig, was ich eigentlich so als Endgame-Viech mal haben will. Ja, also ich glaube, dass Rex-Schwein vielleicht nicht so dämlich ist. Ja, also könnte ich mir schon auch vorstellen. Also auf einem Rex-Sitzen ist halt immer so ein Ding. Wahrscheinlich sollte man halt jeder halt vielleicht ein Schwein, weil halt einer Schwein, einer Wolf oder so. Wobei das wahrscheinlich nicht dumm ist, weil Wolf ist wahrscheinlich nur mit Pack-Gut. Also vielleicht zwei Schweine, keine Ahnung, und ein Rex oder so. Und wenn man das halt nicht realisiert kriegt, dann hat man halt immer noch die Wölfe. Ja, ich denke mir nur, also ich glaube, dass der Rex an sich zum Rumeiern, bis man dann mal im Fight ist, wahrscheinlich nicht so blöd ist, wenn man da drauf sitzt. Also weil sonst hängt sich der halt überall. Ja, genau, ja, also dann kann man ja drauf sein. Hängt sich der halt überall. Ja, der Rex-Sitzen ist ein Kontraproduktiv. Gut, wobei man auch wieder sagen muss, wenn ich jetzt einen habe, der halt einfach wirklich auf dem Schwein unterwegs ist, um mich zu healen, während ich mit dem Rex fight oder so, dann... Ja, das ist halt nicht das Problem. Das Problem ist halt, dass man halt einfach niemanden richtig erwischt damit, so. Ist halt... Also wenn der vom Schwein aus halt bohlert und gut bohlert, dann ist es halt easy, weil dann kann der Rex halt einfach auf Kiecher anfangen tot zu beißen, so Reittiere und so. Dann bringt er halt was. Aber ich denke mal, also genau das lässt sich ja erreichen. Also gut, muss man halt mal gucken, so, dass man das irgendwie hinkriegt, aber an sich ist es wahrscheinlich nicht doof, wenn man den... Also wenn der Rex-Dude einfach nur den mit dem Schwein so ein bisschen back upt, weil im Prinzip kannst du jetzt zu Fuß nicht viel gegen den Rex-Reiter machen. Ich meine, du kannst ihn halt theoretisch versuchen runterzusnipen. Ja, das funktioniert halt auch. Ja, hat aber auch ehrlich gesagt nicht funktioniert. Also nicht mal Julius und Pritzi haben es wirklich gesagt, ihn vom Rex zu schießen. Ja. War dann halt immer eher, wenn ich halt abgestiegen war, weil der Rex halt Stamina wagen musste und ich ihn halt pfeifen musste. Ja. Wird es halt schon nicht so leicht. Vor allem, weil der Gegend ja normalerweise mit einem Hit nicht gut ist. Dann hat er halt wahrscheinlich Fleisch und Medical-Dude und Ersatzrüsten und so ein ganzes Volk. Ich meine, der einzige Nachteil, den man halt mit dem Rex hat, ist halt, dass man schon ganz gut Aufmerksamkeit auf sich zieht, wenn man mal irgendwo durch die Gegend eiert. Also es wird wahrscheinlich relativ schnell irgendjemand merken, so, ja, da ist halt wer und... Den kann man halt dann entweder angreifen gehen oder nicht. Ja, vier Minuten, weil der Rex jetzt hier bleibt. Ja, wahrscheinlich nicht die Minuten ist schon. Ja, ich bin jetzt gerade nochmal losgeeiert. Ich hole gerade mal noch eine Flint und so. Ja, und dann hole ich nochmal Holz. Jo. Vielleicht sollte man mal anfangen, mit dem Deodon-Farm zu gehen, weil er halt viel mehr tragen kann. Hm, ja, wäre irgendwie... Darf zu viel mehr jetzt nicht, aber mehr auf jeden Fall. Ja, das hat halt auch nur zwei Level of Weight und die Wölfe halt irgendwie so 6, 7. Also wenn man das noch ein bisschen mehr auf Weight skillen würde, wäre es halt auch noch krasser. Oh, ich kann ja doch nur so 800 Holz mit dem Wolf fahren, ist halt nicht so geil. Hm. Joa. Joa. Geht noch irgendwie. Fand ich bei The Ways schon witzig, dass Kay und Scumback Kanus trainen. Ja. So, das war halt so, bei Ark of Small and XXL dachte ich, ja, Kanus sind vielleicht gar nicht so schlecht, aber Kanus sind halt echt die schlechtesten Tiere, die es gibt. Ja, also... Ist halt echt ein Witz, was Kanus machen. Ich finde, Kanus sind halt ganz nice, wenn du einfach so eine Horde hast, die du jemanden an den Arsch pfeifen kannst. Nicht mal dann, weil wenn der ein Pee hat, was ein bisschen superior ist, also ein Wax, der macht die im Grunde allein. Ja, das schon. So, weil Kanus, die haben so unglaublich wenig Leben und machen auch nicht viel Damage. Also, ja, ich meine, also, ja, geil sind sie nicht. Also, ich glaube, da braucht man nicht groß drüber diskutieren, aber... Ich würde mir ja einen Raptor als ein Kanu nehmen. ...wahrscheinlich ist es halt auch wieder so ein bisschen diese Fittest-Geschichte. Also, ein Fittest-Böller hat halt so ein Kanu schon ganz gut, finde ich, aber... Ja, gut, das ist halt auch wieder Fittest, so. Ich kann mir halt vorstellen, dass Kay da auch so ein bisschen den Bezug dazu hatte. So, in dem, so ein Standard-Arc, finde ich, sind Kanus halt echt richtig, richtig drottenschlecht. Werden halt wahrscheinlich nochmal ein TLC bekommen und danach sind sie ja vielleicht okay, aber vorher halt nicht. Ja. Weil die halt auch einfach mega wenig Leben haben, so. So ein Kanu, da kann es halt mal passieren, dass ein High-Level irgendwie 2000, 2500 Leben hat. Das ist halt so tier wie ein Wolf. Ja. Im Prinzip... Ja, sind die schon halt nicht so geil. Sind so ein bisschen wie ihre Arme. Ja, eben. Ich glaube, jetzt mal weiß ich, ihr Skill ist so ein bisschen wie ihre Arme. Okay, die Wölfe braucht jetzt noch eine knappe Minute. Weil die wartet nicht. Ich glaube, das kann man mal abwarten, ja. Ja, ach komm. Ihr wollt doch safe nur knuddeln. Ich muss sagen, selbst überlaufen würde ich mich jetzt schon richtig abfucken. Ja. Ich meine, ja gut, Kibble wäre halt eh RIP, aber... Ich glaube, dann würde ich sie einfach hier runter pfeifen. So, und dann sind ja fast aus wie Wacken. Hm. Ich meine, man hat jetzt sogar so Sounds, wo man sich duckt und so. Hört sich ziemlich dumm an. Ach, mein, da ist zuerst dran. Und er will Raptor-Käbeln. Fuck you. Das ist ein Arschloch. Hm. Auch ein Arschloch. Nice. Ja, schön. Das schreit nach Inzucht. Äh, was? Ja, keine Ahnung. Mit meinem können wir den einfach nochmal weiter maten halt. Jo. Ja, ja, ja. Mittlerweile wird es halt vor allem auch eng da oben. Ja. Oh, Leute, das ist ein Dödi. Ja, Kampfdödi, let's go. Level 7, okay. Frage, ob wir auch vielleicht, ja, ein Enki ist wahrscheinlich sinnlos, oder? Also, theoretisch wäre es, glaube ich, schon nice, hier unten einfach gerade eine Runde mit dem Enki zu eiern und dann ein Wade-Feech zu nehmen und dann mal kurz alles reinzuklöppeln. Also vielleicht halt einfach eine Sau auf Wade zu skillen oder so. Aber dann steht halt der Enki hier unten und ist halt so ein bisschen der Hinweis, dass er halt in der Butze ist. Und hochkriegen tun wir den halt safe nicht. Naja, man könnte halt eine Rampe bauen, wenn man sich einmal da unten ismuten. So, jetzt nicht direkt bei uns, aber ein Stück schon in der Nähe. Okay. Also, ich bin halt gerade noch hier oben, wo wir uns hier gerade getroffen hatten. Und Hackflin. Also, halt eine Ebene unten und dann, wenn man runterkommt rechts, da ismuten ein Stück weiter. Okay. Ja, du holst gerade noch Flint, oder? Ja. Ja, keine Ahnung, ich habe jetzt halt so 1500 Holz geholt gleich. Mal gespannt. Lol, da steht jetzt halt auch nur noch, ist drei gestorben. Und hat noch sieben übrig, aber da steht halt nicht. Weil, das ist ein bisschen weird. Boah, so ist drei gestorben. Ist doch voll, voll eindeutig. Ja. Ja. Ich verteile jetzt halt auch mal Holz so auf die beiden Schränke und die Missy und halt auf die Porte sowieso. Okay, nice. Ja gut, ich verteile meinen Spark logischerweise auf die zwei Mordor. So. Keine Ahnung, ich wollte auch irgendwas dazu beitragen. Ja, gut gelungen. Danke. Keine Ahnung, was können wir denn jetzt noch machen, halt gleich nochmal nach einem Vieh gucken, Mega-Tier-Sum oder so. Ja. Wer für Narko-Pfeil hast du denn noch? Äh, 29. Ja, ich habe noch 14, das müsste reichen, oder? Ja, eigentlich schon. Ich schmeiße noch mal kurz das Crafting an. Na, kann man los, Arjan. Weil wir halt ausnehmen müssen, also. Ne, obwohl, wir haben jetzt noch zwei Minuten. Ah. Also, keine Ahnung, glaube ich. Merk dir halt unklar, wo du dein Fallschirm hast, ne, weil es halt gut sein kann, dass wir das nächste Mal droppen und dann halt aus dem Himmel kommen. Oh ja, das wäre cool. So, dass du halt ja nicht erstmal eine halbe Stunde nach deinem Fallschirm suchen musst. Ja. Ich habe ihn auf einem Hotkey, wo ich ein... Ich glaube, er war letztes Mal irgendwie eins, zwei... Naja, egal. Also, ich finde ihn auf jeden Fall. Und das ist in der Taste, wo man halbwegs hin Hotkeen kann. Also, ich finde auch sechs Hotkeen geht noch. So, alles jenseits der Acht oder so, fuck halt immer richtig ab. Das finde ich so schön in Dark and Light, dass du zwei Leisten hast. So, da kriegst du wenigstens mal deinen Scheiß irgendwie auf die Slots, die du tatsächlich brauchst. Aber ich finde es hier auch in Ordnung noch. Also, ich meine, da, also es gibt halt schon viele Sachen, die man brauchen kann. Eine Waffe ist halt gut, dann vielleicht noch ein, zwei Waffen mehr. Dann eine Peitsche, dann Fallschirme, dann Armbrust, dann Stims, dann irgendwie Essen, dann Bohler und so. Also, es ist schon viel, aber... Ja, so gerade jetzt halt auf dem Server hat es mich immer richtig abgefuckt. Wenn du halt rumläufst mit so Gear, was du halt zum Deffen brauchst, dann hast du halt irgendwie selber deine eigenen Grapples dabei, damit du halt jemanden grappeln kannst oder ein Viech oder keine Ahnung was. Dann hast du irgendwie eine Sniper dabei, das du halt auch mal snipen kannst. Das ist so, eine Shotgun für den Nahkampf, einen Flammenwerfer für den Nahkampf, weil der halt scheiße OP ist. Ein Compound-Bomb, um ein Viecher reinzuschießen, Fallschirme, irgendwie was, um sich von Grapples zu lösen. Ähm, ja, Stims sind halt auch nicht so doof. Und, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viele Slots ich jetzt schon voll habe, so am Medical-Munny. Ja, also, keine Ahnung, ich finde halt, lieber habe ich da halt 5 mehr dabei oder auch mal 10 mehr. Und kriege halt dafür nicht auch einen Sack, als dass ich halt irgendwie ein bisschen an Matz spare und dann deswegen irgendwie vielleicht sterbe. Ja, ich meine halt mal so, es ist schon teuer, aber jetzt nicht so unglaublich teuer. Gut. Ja, nee, also ich finde halt, es geht halt weniger darum, dass ich die dann halt nicht verlieren will, weil ich halt sterbe, so. Sondern, weil ich finde halt, wenn man mehr Grappling-Hooks bei hat, dann ermutigt einen das halt auch irgendwie dazu, die halt in Situationen zu nutzen, wo man sie vielleicht nicht unbedingt braucht. Ja, also ich verwende sie halt, glaube ich, schon hier nur, wenn ich schon irgendwie ein bisschen Angst habe, zu sterben zumindest. Also sonst, wenn ich sie nicht verwenden würde. Also ich glaube, ich würde halt zum Beispiel jetzt auch nicht versuchen, im Kampf jemanden zu Grappeln. Also für sie erste halt, außer eben wir vielleicht uns gegenseitig, wenn wir gebohlt sind, aber sonst halt nicht unbedingt. Gut, ähm, keine Ahnung, dann würde ich sagen, ähm, weiß nicht, ne, übliches Ding, wir sehen unsere nächste Folge wieder, ähm, guck bei den anderen vorbei. Und vielleicht gibt's ja dann demnächst auch mal ein bisschen arg aufs Maul. Und, ja, keine Ahnung, tschüss. Weil sie aufs Maul kriegen. Ja, hoffentlich, weil andere aufs Maul kriegen. Naja, stimmt, diesen komischen Script-Command. Ähm, stimmt, ne, da wollte ich eigentlich jede Folge nochmal irgendwann reingucken. Wobei, nee, ich bin faul. Und, äh, macht es nur für unser Team. Also, einen Dev-Counter kriegt er bei mir nur für mich. Weil ich ein Frechdachs bin. Also dann, tschüss. Und, äh, macht es nur für mich. Und, äh, macht es nur für mich.